so also dann hallo und herzlich willkommen ich heiße euch allesamt wieder willkommen zum nächsten team preview vom kiev major beziehungsweise eigentlich fürs kiev major wir sind ja immer noch in der großen vorbereitung ja ich sollte hier definitiv ein bisschen weniger zappeln aber ja das kriegen wir denke ich auch hin bis zum ende unserer preview reihe ja wie schon gesagt pro tag kommen jetzt zwei videos liquid hatte heute schon anfang gemacht und ich möchte auch nicht lange um den heißen brei herumreden wir hatten es ja vorhin schon angekündigt sind ja nur drei stunden her wir haben als team nummer drei das geheimnisvolle team secret rund um den gründer papi hat sich hier ein team aus der absoluten welt elite gebildet wir haben aus der sehszene die beiden star player mp from mvp phoenix mit one vom ehemaligen fanatic unterstützt durch die beiden europäischen spieler pilot die und kesu aus deutschland also ja kesu auf der offlane hat es einen anfang gemacht ja mit escape gaming hat sogar tatsächlich aufs tiee geschafft und ja jetzt hier in team secret gelandet als ersatz für vorf der ja nach dem boston major direkt das ganze verlassen hat das sinkende schiff möchte man fast behaupten bisher hat secret ja leider nicht so ganz geschafft tatsächlich an ihre erfolge anzuknüpfen aber man sieht wenn man auf die recent ergebnisse guckt die letzten ergebnisse sind eigentlich ja gar nicht mal so schlecht kiev major eu qualifier gewonnen und wie sie haben am ende es geschafft in den playoffs kein match mehr zu droppen also secret bei haftig dominant gewesen in den anderen international behafteten turnieren lief es dann eher so lala tatsächlich starle da gegen tnc bereits in der gruppenphase aus rausgeflogen im entscheidenden match um platz zwei dotapit musste man auch bereits nach einer weitergekommenen runde die segel streichen gegen aeg die es am ende nicht gewonnen haben aber die aktuell als einer der favoriten gelten und ja so muss das secret aus kroatien komplett ohne preispol heimfahren aber das ist ein anderes thema sowohl dotapit als auch star leider auf der großen internationalen bühne sollte es irgendwie nicht so ganz sein für das geheimnisvolle team tatsächlich und ja das lässt zumindest so nichts wirklich gutes form major hoffen tatsächlich kiev major eu qualifier gewonnen aber ansonsten auch an die sie haben sie qualifier nicht geschafft nicht teilgenommen ich weiß nicht secret international sehr wenig aufsehen erregt und ob das reichen wird ist die frage wenn wir zumindest einen blick auf die recent ergebnisse in u rechne legen dann werfen wir einen blick drauf und denken uns 0 2 gegen og 0 4 gegen team liquid und nur 4 0 gegen ad finnam also gegen die griechen von ad finnam beziehungsweise vom aktuellen mouse sports ja da sind sie doch ganz gut gefahren tatsächlich aber ansonsten gegen liquid og hatten sie anscheinend nicht so wirklich chancen bisher seit dem 7.0 apache der jetzt drei monate eigentlich vier her ist mittlerweile ja muss ich ehrlich gesagt gestehen weiß ich nicht so ganz was ich davon halten soll wenn wir einen blick jetzt auch auf die gamestatistik tatsächlich werfen seit 7.02 das sind im endeffekt die starlider und die eu qualifiers wobei in den eu qualifiers secret richtig richtig hart drüber gefahren ist tatsächlich wir haben aus den letzten 25 spielen 18 siegen sieben niederlagen so weit so standard eine leichte tendenz zur radian seite ist erkennbar mit 15 zu 10 sind sie ja doch da ein bisschen mehr radian lastig tatsächlich was aber auffällt secret macht verdammt wenig kills im unterschied im vergleich zu den anderen teams aber stirbt auch kaum 22 average kills ist das schon deutlich geringer als das von liquid und og wir hatten bei liquid wer sich erinnert 25 und bei og 27 22 im average tatsächlich ist da schon deutlich deutlich weniger aber 15 zuhle secret stirbt kaum und auch 35 minuten wir hatten wer sich auch ans letzte video noch erinnert tatsächlich hatten wir liquid ihre spiele mit 37 minuten schon sehr schnell gewinnen secret hat eine average time von 35 minuten und gewinnt ihre match ist im schnitt auch 34 minuten bereits gut sollte man vielleicht alles ein bisschen mit vorsicht genießen die zahlen da sind einige matches aus den eu qualifahren dabei wo secret halt einfach überdominant war pro dota vor project five zum beispiel da sind einige teams dabei wo sie könnte halt wirklich ein leichteres spiel hatte wenn man das jetzt auch mit den match ups die liquid oder zum beispiel in og hatte klar die zahlen wirken auf den ersten blick gut secret macht halt kaum kills spielt dafür aber ein schnelles und effizientes spiel ohne zu sterben nur es ist ein unterschied ob man sowas gegen teams wie pro dota elements pro gaming cool schafft oder ob man das dann auch auf internationaler bühne bewerkstelligen kann tatsächlich das ist wirklich der große knackpunkt international fehlt es secret meines erachtens nach tatsächlich noch an erfahrung zumindest in diesen line-up und auch an erfolgen erfahrung kann man vielleicht nicht sagen über diesen welt stars aber ja zumindest als gesamtheit als gesamtes team hat secret da definitiv nicht sehr viel aufsehen erregen können tatsächlich hiero pick statistiken die wissen dann aber doch hingegen wieder zu gefallen wir haben seit dem major star letter also eigentlich das mit einberechnet seitdem hat secret nämlich kein einziges spiel mehr gespielt das letzte war das final gegen alliance aber mein kind nach den qualifahren sind dann noch ein paar lands in dem fall die ec und dann war es das auch insgesamt waren 25 spiele und acht mal ember spirit und mit one auch wenn jetzt das ember spirit meter langsam vorbei ist mit one war damals schon bei fanatic bekannt als begnadet als göttlicher ember spirit spieler tatsächlich 75 prozent win rate er spielt ihn auch ohne welt tatsächlich mit one ist einer der wenigen spieler die ihn ohne wähl spielen also direkt für blink zum beispiel gehen und bot es lässt das wähl weg und verlässt sich da komplett aus dem spell amplification talent ist ein bisschen anderer spielstil aber action lastig auf jeden fall und er hat damit erfolg auch im battlefield meter damals noch bei fanatic wusste mit one mit dem ember spirit umzugehen der mittlerweile 9k secret boy bounty hunter scheint auch sein hält zu sein mit dem secret of the support position sehr gerne gefahren ist was aber so diesen spielstil denen auch die game statistik wenn wir uns erinnern wenig kills schnelle games mit bounty hunter wird das natürlich gefördert du schnappst dir nur ein paar kills die geben aber ordentlich gold oder snowballs drüber haben tatsächlich vier aus fünf bounty hunter games gewonnen dann kommen noch einige sehr interessante picks dazu enigma ein offline enigma ist nicht der berühmte black hole puppy nein es ist offline enigma von käse mit einer 100 prozent win rate und auch phantom cancer einer der helden wir erinnern uns der immer wieder gesagt wird hey trash lancer cancer lancer der schlechteste held im aktuellen meter secret hat damit tatsächlich zwei games schon gewonnen und das unter anderem gegen mit eu favorit bears die ja leider gerade so ziemlich gedisbandet sind wer es mitbekommen hat aber ja phantom lancer scheint da so eine geheime waffe zu sein mit der mp und secret gut fährt 100 prozent win rate bisher eher so der pocket hier tatsächlich den man auch sonst von keinem team wirklich gesehen hat der auch nicht genervt wurde in den größeren kleineren patches seit 7.2 wo das ganze war wir sind ja mittlerweile schon drei mini patches weiter aber phantom lancer nicht genervt wurden und dieser aggers spielstil den vor allem mp an den tag gelegt hat die halt extrem farm intensiv und schnell ist ja der sorgt dafür dass secret da auf jeden fall eine macht für sich bleibt auch interessant an der stelle wir erinnern uns kroki der mann des rubix hat der der legende papilla den rücken gekehrt und ob er jetzt left oder right war das ist auch egal aber der hält mit dem er ja so berühmt war rubik funktioniert bei liquid nicht dafür aber tatsächlich bei secret 100 prozent win rate auf sechs rubik games io 83 prozent win rate das heißt im endeffekt fünf zu eins hat io eingehen mal gedroppt zusammen wurden sie auch dreimal gepickt also 50 prozent der matches so rubik und wisp dabei waren waren sie tatsächlich zusammen unterwegs scheint auch eine kombination zu sein die ja papi anscheinend gut gefällt rubik plus wisp auf ihnen wir erinnern uns noch pilot die der ab und zu dann ein bisschen mehr jungle mäßig gestartet das tatsächlich könnte auch eine kombination sein generell vor allem richtung major sollte man ja wisps nie außer acht lassen wisp ist immer so einer der helden die ziti ist immer um die ecke gekommen und ziemlich stark dabei sind tatsächlich ja muss gestehen sie gehört die pics durchzuschauen auch wenn sie jetzt schon drei mini patches her sind hat mir tatsächlich mit am meisten spaß gemacht weil da einige coole sachen dabei sind die ich auch gerne auf der großen kiev major bühne sehen möchte phantom lancer enigma ich glaube sie kann da wirklich in den sehr frischen winter mit einbringen helden die man hier auch nicht beachtet hat sind zum beispiel omni night den nekis auch mal gerne auf der offline gespielt hat den qualifers zweimal um genau zu sein also secret hat denke ich schon ein gutes pick spektrum was auf jeden fall in frischen wind reinwirbeln kann aber wir kommen jetzt zu dem part der mir tatsächlich am unangenehmsten ist und das ist meine prediction wo prognostiziere ich secret hin ja es klingt hart ich glaube meine erwartungen sind tatsächlich das secret in der ersten oder zweiten runde job ich habe intern bei mir so eine liste gemacht welche team sich wo ein sortiere und das halt quasi so verteilt ich denke dass secret wahrscheinlich nicht chancenlos rausfliegt das swiss system erlaubt das ja auch gar nicht oder klar erlaubt es schon du gehst 03 zum swiss system gibt es nachher übrigens auch noch ein kurzes video um circa 23 uhr wer sich noch mit dem system befassen will da möchte ich auch nicht zu sehr eingehen aber ich denke dass secret in etwa ja 2-2 einste teams gehe sein wird die vielleicht 1-3 2-2 nach der gruppenphase beenden also eine solide gruppe spielen und dann wahrscheinlich gegen den gleich starken gegner entweder rausfliegen ein oder eine runde weiterkommen also ich denke secret ist also in diesem pool als tee an teams die sehr matchup abhängig sind es gibt viele matchups wo ich sage gewinnt secret aber ich denke nicht dass secret halt als sieger aus der gruppenphase gehen wird das heißt prognostiziell denke ich dass secret sich so in diesen allerlei pool einmischen wird und dann wahrscheinlich ein relativ hartes matchup in der ersten runde haben wird ich denke so an faceless virtus pro und das sind für mich fünf 50 50 matchups und ich glaube dass da die chancen höher sind wenn secret nicht on point spielt was ich so das problem finde secret hat games wo sie richtig on point sind und games wo nicht so funktionieren ich weiß nicht kieso mp spielen ab und zu mal sagt es nach ein bisschen shaky auch ein paar support plays mit one ist für mich tatsächlich einer der besten doter spieler aktuell überhaupt der carried secret oft bis zum geht nicht mehr aber ich denke wenn secret wie von mir erwartet und prognostiziert in der runde eins so ein hartes matchup bekommen wird das ja da muss jeder on point spielen dann kommen sie auch weiter und dann ist top acht drinnen wäre eine runde weiter aber so wie ich sie could aktuell wie sich das einfühlt einschätzt denke ich dass sie could in der ersten runde schon große probleme haben wird also im endeffekt können wir hier bei der erwartung neunter bis sechzehnter oder fünfter bis achter hinschreiben was ja schon die nächste stufe wäre single elimination ich denke aber eher dass es neunter bis sechzehnter sein wird kann mir aber auch vorstellen dass secret noch ein bisschen weiter kommen wird aber ich denke für top 4 wird es auf keinen fall reichen er unteres mittelfeld tatsächlich für secret und ja demzufolge war es das dann auch heute schon wieder von meiner seite aus mit den team previews morgen um 16 uhr gibt es das nächste und damit auch das letzte eu-team und das wären die jungs von dem mouse sports ak das ehemalige ad finem die fünf sexy griechen boys wenn es euch gefallen hat lasst mir mal einen daumen da ich kann es vielleicht mit den erwartungen verstehen wenn es sich jedem gefallen hat oder wenn ich total oft bin dann lasst mir auch gerne da was denkt ihr wo wird sich secret am ende platzieren könnt auch gerne natürlich zu einem unserer zahlreichen anderen videos die hier eingeblendet seht weiter schalten schaut mal vorbei beim liquid prediction video und natürlich auch bei unseren allgemeinen major predictions wer gewinns und was sind die pics des turniers vielleicht könnt ihr da auch einen senf dazugeben ansonsten danke fürs einschalten und bis zum nächsten mal euer black light